Hallo meine lieben Leute! Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Sendung von Matchbox Autos. Es ist ein starkes Modell, kostet sehr viel Geld. Sagen wir das erste Mal, wie viel er kostet. Er kostet zu Anfang 20 und bis. Ein paar gibt es wirklich, die für das Auto 170 sind. Ich täte es für 40. Jetzt lesen wir es vor. Matchbox Superfast, NU70, Deutschgetragster, Made in England, 1971, Lesney-Produkt. Das andere ist eigentlich egal. Und ja, ein Kind hätte ich es nicht gegeben. Also ich bin jetzt auch nicht erwachsen. Ich bin so klein auch wieder nicht. Also ja. Also dieses Auto gibt es nicht mehr in Amazon, weil es sehr alt ist. Bei Ebay findest du es oder so. Vielleicht hast du ein Glück und findest es bei Wilhaben.de oder Wilhaben.at, aber bei AT, die haben solche Sachen nicht. Also ja. Ich würde es auf keinen Fall ein Kind geben. Ja, schon. Er soll schon drauf passen. Es ist echt sehr wertvoll. Man kann auch, was man noch tun kann mit diesen. Man kann es so raufschützen. Das kann auch. Und ja. Das war es auch schon mit unserem zweiten Video von Let's Play Matchbox Autos. Und ja. Nie war ein Scherz. Ja, let's play. Und danke, liebe Leute. Und tschau tschau.